Hallo und herzlich willkommen, ich bin Kuschel und in diesem Video zeige ich euch, wo ihr Fortbird Nummer 30 finden könnt. Und zwar ist Fortbird Nummer 30 irgendwo zwischen Haunted Hills und Pleasant Park. Und das Ganze ist mehr oder weniger auf der Hälfte der Strecke zwischen den zwei Orten. Ihr seht das auch hier im Gameplay, hier sind so drei große Bäume nebeneinander. Und so ein kleiner Patch am Boden. Und genau hier wird Fortbird Nummer 30 sein. Einmal aufheben und ihr habt diesen Fortbird auch eingesammelt. Danke fürs Gucken. Ich hoffe, das Video war hilfreich und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video oder auf meinem Twitch-Kanal Kuschel.